Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute eine sozusagen Doppelfolge mit Fayas vom Krypto-Podcast. Wir haben einfach ein Gespräch geführt und uns ausgetauscht über das, was gerade im NFT Web3 Space so passiert, was so abgeht und das ist ganz schön viel. Wir haben die Folge gesplittet, das heißt den ersten Teil findet ihr im Krypto-Podcast von Fayas. Link natürlich unten in den Shownotes, den zweiten Teil hier. Du kannst natürlich beide Teile getrennt anhören und auch in umgekehrter Reihenfolge, wie du magst, aber wenn du jetzt den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann spring zu Fayas in den Podcast und der zweite Teil, wir steigen direkt weiter ein ins Gespräch dann hier und am Ende kündigen wir neben den ganzen Themen, die wir covern, nämlich von dem Porsche Mint, von dem Open Edition Meta, was gerade so total abgeht und unser Eindruck so von einzelnen Projekten und natürlich auch, was wir über Bitcoin-NFTs denken, was ja gerade aktuell das Hype-Thema ist und wie es da weitergehen könnte. Neben den ganzen Themen, die wir da covern, wir kommen gar nicht dazu, irgendwie alles zu erwähnen, geben wir aber auch eine Möglichkeit, dort in die Themen weiter einzusteigen, nämlich, das sei hier gleich nochmal angekündigt, in einem Webinar am 2. März um 20 Uhr, wo wir das Ganze live nochmal durchgehen und so ein bisschen strukturierter in sieben Strategien zusammenfassen. Dazu am Ende mehr und was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, natürlich gibt es im Webinar auch einen Power-App zu claimen, also unbedingt live dabei sein, Power-App dort minten. Doch wie gesagt, dazu am Ende der Folge mehr, erstmal wieder direkt ins Gespräch. Let's go! Jetzt haben wir über die Kryptopunks gesprochen. Eines der Projekte, das jetzt auch auf Bitcoin oder in den Bitcoin-NFT-Welt durch die Decke geht, sind die Bitcoin-Punks. Jetzt ohne spezifisch über die Bitcoin-Punks zu sprechen. Bitcoin kann jetzt NFTs, eine Technologie, die von der einen Seite in der Bitcoin-Community sehr stark kritisiert wird, a la hey, wir haben ein Zahlungsnetzwerk, wir brauchen keine Affenbilder und Pixelbilder. Und auf der anderen Seite sagen die Leute, hey, wir haben hier das sicherste Netzwerk, die sicherste Blockchain und jetzt können wir auch noch NFTs darauf übertragen. Ich gehe sogar raus aus der Ethereum-Blockchain und gehe auf die Bitcoin-Blockchain. Wie hast du das Ganze wahrgenommen jetzt in den letzten Tagen mit der ganzen Entwicklung von Bitcoin-NFTs, die ja jetzt gerade auch einen gewissen Hype auf sich haben? Ich finde das völlig verrückt, muss ich sagen. Also da sieht man auch, wie sich plötzlich so Trends und Hypes entwickeln können in diesem Bereich, die nochmal mit allem anderen vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Also wir haben ja vorhin schon ein paar Meters angesprochen und da ist nie zu spät einzusteigen. Also wenn ich jetzt bisher vielleicht an der Seitenlinie saß und überlegt habe, will ich noch was mit NFTs machen, wo sollte ich einsteigen? Ich finde, da sieht man sehr schön, dass es immer wieder diese Bewegungen gibt. Und ich muss persönlich sagen, ich bin noch unentschlossen. Ich bin noch nicht so tief in dieses Rabbit Hole rein, auch noch nicht so tief, wie ich gern möchte. Also das ist schon ein Thema, was bei mir weit oben auf der Agenda steht, da noch tiefer einzusteigen. Aber einfach, was wir schon gesehen haben über die letzte Woche eigentlich und über die letzten zehn Tage, ist, wie das plötzlich überall in diesem Space Gesprächsthema war. Und dann einfach so, dass es funktioniert. Und auch diese Kontroverse, wie du sagst, zwischen den Bitcoin-Maxis, die sagen, das ist ein Zahlungsmittel. Das war von Anfang an als Zahlungsmittel gedacht und es soll ein Zahlungsmittel sein. Egal, ob man jetzt diese Geschichte für sich selbst so glaubt oder ob man sagt, hey, es ist vielleicht digitales Gold. Aber es ist auf jeden Fall in irgendeiner Form ein finanzielles Asset versus die Leute, die jetzt reinkommen und sagen, hey, das ist doch super. Zum einen, weil NFTs jetzt wirklich auf der OG-Blockchain funktionieren, die am sichersten ist, die am weit verbreitetsten ist, die jeder kennt auch so ungefähr. Und gleichzeitig wird sie ja vielleicht noch ein Stück weit sicherer, weil wir einfach wieder Nutzung drauf haben. Und weil wir merken, oh, es gibt dann vielleicht auch mehr Leute, die eine Node betreiben etc. Also sehr, sehr spannend, diese Diskussion und diese Kontroverse zu sehen. Ich habe noch, muss ich sagen, keine eindeutige Position. Was ich aber sehe, ist eben wirklich, dass es auch ein Stück Kultur gerade wieder ist. Also dass diese NFT-Culture, der NFT-Space, die G-Gens, die sind es aus meiner Sicht gerade, die sehr stark einsteigen. Also es sind wahrscheinlich wenige Leute, die jetzt sagen, oh, endlich sind NFTs auf Bitcoin. Darauf habe ich schon immer gewartet, weil auf Ethereum wollte ich nicht kaufen oder auf Solana, sondern jetzt kann ich endlich einsteigen. Das ist, glaube ich, weniger der Fall. Oder auch Bitcoin-Maxis, die vielleicht nur alles machen, was auf Bitcoin ist und weniger oder gar nichts auf den anderen Chains. Es ist eher so, dass man merkt, hey, das ist die ganze Kultur auch so ein bisschen, auch wenn man sich anschaut, was erstellt wird. Das geht sehr stark in die Memes, in die NFT-Culture rein. Das sind eben die Punks, die auf Ethereum ja als das OG-Projekt gelten. Die sehen wir jetzt auch in verschiedenen Ausführungen auf Bitcoin als Ordinals. Und dazu muss man sagen, es ist ja auch noch nicht so einfach, dort sowohl NFTs zu erstellen, als auch NFTs zu handeln. Also am Anfang, es ging ja wirklich nur über Over-the-Counter, also OTC handelt, wo ich direkt mit jemandem einen Verkauf abstimmen muss. Natürlich gab es dann auch viel Scam. Es gibt jetzt so die ersten Plattformen, wo ich vielleicht handeln kann. Es gibt die ersten gewappten NFTs, die ich dann auf OpenSea vielleicht mit Ethereum handeln kann, wo ich dann schauen muss, okay, gibt es das Ordinal dazu? Also ja, unheimlich, unheimlich spannend. Sehr, sehr viel Bewegung drin. Ich bin gespannt, wo es dann wirklich hingeht. Also wo auch die Use Cases sind, die sich vielleicht dann behaupten werden. Und wo man vielleicht sagt, okay, das war jetzt ein Teil davon, wie immer, wird einfach ein gewisser Hype sein, der dann irgendwo auch verläuft. Da würde mich auch deine Sicht interessieren. Also auch, und vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen, auch aus der Bitcoin-Sicht, wie es funktioniert, zusammenfassen. Aber auch, wo du vielleicht so die Zukunft siehst, wo das Ganze hingehen kann. Oder eben auch nicht. Ja, gute Frage. Also auf der einen Seite bin ich eigentlich immer offen, NFTs auf anderen Chains auszuprobieren und denke mir, wenn es die Technologie von Grund auf erlaubt, wieso nicht? Also ich war nie irgendwie gegen Solana oder Polygon-NFTs oder selbst Cardano-NFTs, wenn schlussendlich die Nutzererfahrung das einfach genug macht und die Smart Contracts vorhanden sind, sodass man sagen kann, ja, das funktioniert, das ist einfach genug. Ich bin aber gleichzeitig, und da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, bei den Bitcoin-NFTs kein grosser Fan. Ich finde, Bitcoin, Schuster bleibt bei deinen, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Schuster bleibt bei deinen? Leisten. Leisten. Also Bitcoin ist gut im Finanznetzwerk sein, im Transaktionen oder Wert transferieren. Wieso jetzt noch NFTs? Und das sage ich als jemand, der wirklich eigentlich absolut offen für jegliche Blockchains und Multi-Chain-Zukunft usw. ist, aber ich glaube halt, da ist halt Ethereum, Bitcoin einen Schritt voraus und das ist ja auch per Design. Also das wurde ja auch bei der Konzeption so angedacht. Gleichzeitig finde ich, dass man nicht, wenn man ein Vehikel hat, muss man das nicht unbedingt so umbauen, dass es dann auch andere Sachen unterstützt. Also für mich war ich immer, wenn wir auch nur schon über Portfolioaufbau sprechen, dann war es halt immer, halte Bitcoin als digitales Gold und halte Ethereum als digitales Lego. Und diese zwei eigentlich in deinem Portfolio machen dich einigermassen zukunftssicher, wenn du in dem Blockchain-Bereich bleiben möchtest oder halt weiter da aktiv sein möchtest. Das zweite und das ist weitaus der wichtigere Punkt in meinen Augen ist, und du weisst das auch, wie komplex die NFT- und Web3-Welt schon für den Otto-Normalverbraucher ist. Also bis wir den Leuten erklären, was ein Wallet ist, wie die Sicherheit funktioniert, was ein Rockpool ist und wieso man bei Smart Contracts gescammt werden kann, da vergehen schon x Wochen und Monate. Und jemandem einfach so mal an einem Nachmittag zeigen, wie ein NFT funktioniert, ist schon ein riesen Struggle. Die Tools, die Plattformen werden alle besser und das ist durchaus etwas Positives, aber es gibt immer noch eine gewisse Schicht Komplexität, die noch nicht weg ist. Und jetzt auf die Idee zu kommen, da noch einen zusätzlichen Layer an Komplexität aufzubauen, indem man das Ganze auf Bitcoin machen möchte, ich bin einfach gegen das. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass zusätzliche Komplexität halt dann auch zu entsprechend negativen Erfahrungen, vor allem bei den Anfängern führt. Und stell dir jetzt vor, du hast in den Zeitungen gelesen, ah, NFTs kann man jetzt auch auf Bitcoin machen und fängst dann an mit deinen, ich sage mal, hart ersparten Bitcoins, versuchst dann, dich in der NFT-Welt zurechtzufinden, wirst im schlimmsten Fall gescammt und sagst, ja, NFTs, das ist ja ein Scam. Oder Web3, das hat ja keine Zukunft, weil da sind nur Betrüger unterwegs. Und genau das ist ja auch unser Ziel, dass wir eigentlich den Leuten die erste Experience so freundlich und so einfach wie möglich machen, weil eben die Industrie immer noch der wilde Westen ist. Und da bin ich einfach sehr, sehr stark dagegen. Wenn jetzt Bitcoin gekommen wäre und gesagt hätte, hey, Bitcoin mit einem Klick, ultra sicher, NFTs, kein Problem, dann hätte ich, glaube ich, nichts dagegen gehabt. Bezüglich deiner zweiten Frage, welche Projekte oder welche Möglichkeiten ich da sehe, sind eigentlich ganz, ganz ähnlich wie auf den anderen Blockchains. Also ich glaube, wenn das Vertrauen in Bitcoin sowieso schon da ist, dann wird in der Zukunft eine Immobilie tokenisiert und als NFT auf Bitcoin verkauft. Oder auch das Grundbuch wird digitalisiert und schlussendlich kann ich Grundbucheinträge mit der Bitcoin-Blockchain quasi wie schreiben oder lesen. Und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannender Ansatz sein. Was wir momentan halt auf Bitcoin sehen, finde ich persönlich nicht so spannend. Also die Kopie von den Kryptopunks auf der Bitcoin-Blockchain, die Apes auf die Bitcoin-Blockchain zu nehmen, finde ich persönlich nicht so spannend. Haben wir übrigens auch bei den anderen Chains gesehen. Wir haben die Bold Apes auch auf Solana gesehen. Wir haben die Kryptopunks auch auf Solana gesehen. Das waren nicht wirklich erfolgreiche Projekte. Die haben immer wieder so ein bisschen ihren kurzen Hype-Zyklus und danach stirbt es so ein bisschen aus. Und dann müssen wirklich die grossen und innovativen Projekte kommen. Und da sehe ich momentan noch nicht viel. Also für mich ist so ein bisschen die Frage, was wird den Trend weiter antreiben für Bitcoin-NFTs? Es wird sicher nicht der Kryptopunk, der einfach auf Bitcoin portiert wurde. Das sehe ich halt null bezüglich Projekten und was spannend sein könnte. Das ist aus meiner Sicht genau der Punkt, der sich bei jeder Entwicklung, bei jeder Blockchain, auch bei jedem Projekt irgendwo ein Stück weit stellt. Was ist denn der Nutzen auch? Und wir haben das bei NFTs ganz allgemein ja auch gesehen, dass es in dem JPEG Summer plötzlich tausende NFT-PFP-Projekte gab, die alle versprochen haben, wir machen, also entweder haben sie gar nichts versprochen und wurden trotzdem ausverkauft oder sie haben gesagt, wir machen Community oder bei uns treffen sich die und die Leute. Aber am Ende des Tages wollte jeder irgendwie einsteigen, günstig einsteigen, morgen Millionär sein und dann verkaufen. Und das ist, glaube ich, das, wo der NFT-Space sich und der ganze Web3-Space sich in der letzten Zeit sehr, sehr weit entwickelt hat, dass es jetzt wirklich darauf ankommt, wie wir es am Anfang gesagt haben, auf die Community, was ist der Mehrwert, wo finde ich vielleicht Gleichgesinnte, wo ist das Projekt, was irgendwie eine gewisse Vision hat, die ich teile, wo ich mit einsteigen möchte, wo ich Teil sein will, wo ich dann auch profitiere, wenn das Ganze erfolgreich ist. Und das ist ja völlig fair auch als Einstieg, aber die Frage ist, und darauf habe ich eben auch keine Antwort momentan bei Bitcoin, was macht Bitcoin in dem Fall besser als Ethereum in Sachen NFTs? Also es ist viel, viel schwieriger. Der NFT an sich ist nicht so, wie er auf Ethereum, also schon allein mit der Technologie im Hintergrund, auf Ethereum habe ich eigene Standards für NFTs, die ich nochmal ganz anders handeln kann, wo es Marktplätze gibt, wo es gegebenenfalls Royalties gibt oder auch nicht. Aber letztendlich bei Bitcoin beschreibe ich ja die Satoshis, also die kleinste Bitcoin-Einheit, beschreibe ich einfach und hänge dann sozusagen etwas dran. Das ist ja vom Konzept schon ganz anders. Und die Frage ist, wo ist wirklich da ein Nutzen? Und vielleicht gibt es den noch? Und das hast du ein Stück weit auch gesagt. Also es gibt die Möglichkeiten, dass sich da was entwickelt, weil ich aber sage, ich brauche das, was Bitcoin besser kann als alle anderen, ist das Thema Sicherheit, Dezentralität und auch diesen Status zu haben. Und vielleicht gibt es da eben die Use Cases für. Ich glaube aber auch nicht, und da bin ich eben komplett bei dir und eher nicht ganz so optimistisch wie vielleicht gerade die ganze NFT-Szene. Ich glaube nicht, dass es jetzt die besseren NFTs per se sind. Und dass ich jetzt unbedingt alles, was, und das ist sowieso in der Regel wieder die Nutzenfrage, was hilft mir denn ein Abklatsch von einem Punk oder von einem Ape auf einer anderen Chain? Also wenn die Original-Community, wenn das Projekt, wenn die Firma dahinter das nicht supportet und es gegebenenfalls sogar noch rechtlich ein Thema ist, weil die IP, also die Commercial oder die Rechte an sich, die Urheberrechte überhaupt nicht da sind und es eher gegen geltendes Recht verstößt. Wo ich sagen muss, was so aus diesem For-the-Culture-Aspekt interessant ist, also die On-Chain-Monkeys, die haben das aus meiner Sicht sehr interessant gemacht. Also das ist ja ein Ethereum-Projekt und die haben jetzt wirklich jedem oder droppen jedem Holder, der einen On-Chain-Monkey hat, droppen sie das dazugehörige Ordinal-NFT auf Bitcoin. Und das ist dann aus meiner Sicht, das ist ein smarter Zug und klar, der Floor-Price hat sich dann auch entsprechend entwickelt, wo man einfach sagt, hey, die schauen sich schon an, was ist da möglich, die experimentieren vielleicht auch und sie machen auch offizielle Sachen draus. Und gerade On-Chain-Monkeys sind ja auch, wie der Name sagt, sind ja rein On-Chain, was bei Bitcoin ja auch das Ziel ist. Und da sind schon ein paar interessante Aspekte drin, aber ich bin komplett beide, dass die Frage ist, wo ist denn wirklich der Nutzen und ist es nicht eher sogar hinderlich im Sinne von, da werden jetzt Leute wieder reingehen, weil sie sich etwas versprechen und im Zweifelsfall werden sie gescammt, weil das eben nicht so leicht und nicht so transparent ist, wie auf Ethereum. Und selbst da reden wir, wie du sagst, nicht über One-Click und ich habe eine Wallet eingerichtet und ich kann meine NFTs kaufen und traden, sondern selbst da ist der Onboarding-Prozess ja ein sehr, sehr intensiver, wo mir Hilfe vielleicht gut tut, wo mir eine Community gut tut, die an meiner Seite ist, dass ich Fragen stellen kann und das Ganze macht es eben nicht einfacher, wenn wir jetzt über solche Konstrukte reden. Also sehr, sehr spannend, wo die Reise da hingeht. Wir werden es, glaube ich, beide beobachten und es wird auch viel diskutiert, also auch im NFT Campus ein ganz heißes Thema. Da wird sich noch einiges tun in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, und gleichzeitig, glaube ich, unsere Meinung jetzt oder ich sage mal, meine negative Perspektive bedeutet nicht, dass ich nicht mit der Technologie spiele, sie nicht ausprobiere, etc. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Also zu sagen, das Ding hat keine Zukunft und den Kopf in den Sand zu stecken, das wäre jetzt der falsche Ansatz. Aber zu sagen, da ist etwas, ich verstehe es noch nicht ganz, vielleicht ist es auch nichts, aber ich verbringe mal meinen Nachmittag damit, lese mich ein, minte mal was, trade mal was, verkaufe mal was, etc. Ich glaube, das wird immer eigentlich einen Mehrwert bringen, vor allem, wenn man dann die Technologie besser versteht. Und vielleicht ist es ja dann schlussendlich etwas, was der Zuhörer sieht oder hört, das wir nicht verstehen oder jetzt schon sehen. Und ich glaube, da ist definitiv der Mehrwert gegeben. Ich glaube, einfach das Ganze mal unter den Teppich schüren und dann einfach nicht mehr beachten oder betrachten, das wäre jetzt der falsche Ansatz. Also von daher unbedingt mit der Technologie herumspielen, das machen wir ja auch und werden das dann auch entsprechend im Campus auch weiter diskutieren. Absolut, bin ich. Und das ist der Punkt, den ich am Anfang meinte. Also mein Ziel ist auch, da noch tiefer einzusteigen und Sachen mal auszuprobieren. Und ich glaube, das hat man gesehen, das war bei NFTs ganz allgemein schon so, das war bei Krypto schon so, das ist vielleicht gerade in diesem ganzen AI-Thema, wo ja auch ein großer Hype gerade da ist oder wo man jetzt sieht, wie möchte ich plötzlich AI eigentlich schon ist und wo mir das helfen kann. Neue Technologien kann ich in der Regel nicht aufhalten. Und es wird Sachen geben, die werden sich bewerten und es wird Sachen geben, die werden sich vielleicht anders entwickeln als gedacht und es wird Sachen geben, die werden sich vielleicht gar nicht so weiterentwickeln oder in irgendwas anderes resultieren. Aber genau das ist ja das Spannende auch daran und das ist ja der Grund, warum wir auch Vollzeit im Krypto-Web3-NFT-Bereich unterwegs sind, weil da eben so, so viel passiert und weil es ganz neue Möglichkeiten gibt. Und da hilft es halt immer, Learning by Doing an der Stelle und Sachen auch einfach zu beobachten, mitzumachen, aber halt nicht blind reinzugehen, sondern sich schon Gedanken zu machen oder auch vielleicht eben diese Perspektive mal einzunehmen und zu sagen, okay, was, wie kann sich's denn entwickeln? Und wie gesagt, also wir wissen auch bei, selbst bei Ethereum-NFTs wissen wir ja nicht hundertprozentig, wo die Reise hingeht. Selbst das wird über die nächsten Jahre spannend, aber es ist vielleicht schon ein bisschen klarer als heute auf Bitcoin. Und wer weiß, vielleicht werden wir nächstes Jahr eine Folge aufnehmen, wo wir dann sagen, oh, Einschätzung komplett, revidiert und das ist jetzt das Ding. Oder eben das Gegenteil. Also das finde ich auch, das ist das Spannende da. Und ich glaube, da an der Stelle auch, haben wir uns beide ja auch mal zusammengesetzt und einfach Strategien mal so diskutiert, die wir auch unseren Communities mitgeben wollen, wo wir sagen, das sind Themen, die wir ganz aktuell sehen oder vielleicht für dieses Jahr sehen, die man sich anschauen kann oder wo man tiefer reingehen kann, wenn man möchte, um so ein bisschen eben diese Learnings mitzunehmen, um da erfolgreich vielleicht den einen oder anderen Trade zu machen, um ein Portfolio aufzubauen. Und genau darüber, weil das ja auch oft eine Frage ist, die wir beide bekommen, wird es jetzt ein Webinar geben und zwar am 2. März um 20 Uhr. Ja, richtig. Also wir werden da wirklich einige der Strategien präsentieren, die wir regelmässig anwenden, die wir regelmässig beobachten, bei welchen wir auch definitiv sehen, dass sie in der Zukunft auch relativ gut funktionieren werden. Wir werden die so ein bisschen präsentieren, mit euch durchgehen und idealerweise kannst du dann das eine oder andere mitnehmen für dich, bei welcher du dann sagst, hey, die Strategie, die passt perfekt für mich, weil ich entweder kein Kapital gerade zur Verfügung habe oder das Kapital sehr spezifisch einsetzen möchte oder mich nur mit gewissen Projekten auseinandersetzen möchte, etc. Da gehen wir dann in die Details, werden euch da diese Strategien entsprechend präsentieren und idealerweise, wie gesagt, wirst du da die eine oder andere Strategie mit aufnehmen können. Wir werden den Link in die Podcast-Beschreibung, also im Podcast von Fabian, aber auch in meinem Podcast, entsprechend in der Podcast-Beschreibung ganz oben verlinken, sodass du dich anmelden kannst. Ganz wichtig, unbedingt mit der richtigen E-Mail-Adresse anmelden, sodass wir dich informieren können, sobald das Webinar dann am 2. März um 20 Uhr losgeht. Ich freue mich sehr, das Webinar mit Fabian abzuhalten. Ich glaube, da werden wir doch die eine oder andere Alpha-Strategie teilen, die wir sehr, sehr spannend finden, die wir selber, wie gesagt, auch angewendet haben und täglich auch anwenden. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich auch und ich glaube, man merkt es auch, diese Folge, jetzt haben wir schon so viele Themen besprochen und das Ganze auch nochmal so ein bisschen zu strukturieren und runterzubrechen, das war ja eigentlich so ein bisschen das Ziel dabei und auch an unsere Community zu geben, also Webinar ist kostenlos, einfach mit der E-Mail eintragen, dann bekommst du alle Infos, kurz vorher gibt es den Link, wird ein Live-Webinar sein und wir werden natürlich auch aufzeigen, wie man tiefer mit uns auch einsteigen kann, also was auch den Campus nochmal vorstellen, den haben wir jetzt auch ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, das ist auch immer gut, dass man nochmal zeigt, was da wirklich passiert und was wir dort auch machen, weil das am Ende des Tages, da sind wir uns ja auch einig, ist diese Community, ist so, so viel wert, weil man einfach diesen gegenseitigen Austausch hat, weil man gemeinsam, gemeinsam Interessen in dem Fall hat, aber auch gemeinsam vielleicht nochmal Sachen überprüfen kann, so ein Schwarmwissen, eine Schwarmintelligenz entwickelt und es wird natürlich dann auch ein Teil sein, auf den wir nochmal dann näher eingehen können, weil dazu bekommst, glaube ich, du auch sehr, sehr viele Fragen und das ist natürlich dann nochmal eine ganz gute Chance, auch mit uns in diese Themen tiefer einzusteigen, also Link, wie gesagt, ganz oben in den Shownotes beim Podcast, in beiden Podcasts und dann freue ich mich schon auf die, da tiefer einzusteigen und wir haben ja auch gesagt, wir machen diese Folgen, wir sprechen eh regelmäßig und merken schon da, wie wertvoll dieser Austausch ist und ich glaube, jetzt konnte man als Hörer, Hörerin hier gerade auch einiges mitnehmen, einfach an dem, was passiert und das Ganze vielleicht nochmal aus einer anderen Brille reflektiert haben und genau da geht eben das Webinar auch mit sieben Strategien für den NFT-Erfolg in 2023 den nächsten Schritt, um das Ganze nochmal so ein bisschen strukturierter aufzuarbeiten und nochmal so runterzubrechen, dass jeder da hoffentlich ein, zwei Sachen mitnehmen kann, die er danach umsetzt und auch für jeden auch irgendwo was dabei ist. Absolut. Ja, ich würde sagen, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Wie gesagt, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein mit uns zusammen, wir werden da immer wieder regelmäßig Folgen machen, bei welchen wir auch entsprechende Updates aus der Szene geben. Mich hat es sehr gefreut, Fabian, und auch ganz schönen Dank an deine Zuhörer, weil ich bei dir auch mit dabei sein durfte und ja, ich freue mich auf das Webinar am 2. März nochmal um 20 Uhr und auch auf die nächste Folge. Gleichfalls und dann würde ich sagen, sehen wir uns Anfang März. Bis dahin, peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Disco-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out. haha constructale Untertitel Untertitel im Auftrag des ZDF von Recently oder groin oder oning und auch ä